Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung von The Crow. Nicht im Original von 94, sondern das Reboot. Und ich kann so viel sagen, ich habe auf dieses Reboot durchaus gewartet. Darüber richte ich gleich ein bisschen. Ich bin nämlich der Einzige, der hier redet. Außerdem mit mir reden werden noch einmal der Sven. Hallo Sven. Hallo. Und der Johannes ist auch am Start. Hallo Johannes. Moin moin. Edim, ich bin ja auch bei Movie Reback tätig. Und das jetzt schon seit 10 Jahren. Und ich weiß, glaube ich, eine der ersten News, die ich dort geschrieben habe, war das Thema The Crow Reboot. Und damals hieße es, sie hätten mit Jason Momoa endlich jemanden gefunden, der die Rolle des Eric Draven spielt. Wir wissen mittlerweile, es ist nicht dazu gekommen. Es gab zwar Probeaufnahmen, die auch geleakt worden sind. Aber jetzt spielt halt eben Bill Skarsgård die Rolle. Ob der das gut macht, ob er vielleicht das einzige Highlight ist. Vielleicht ist er auch das einzige Lowlight des Films. Wir werden das später herausfinden. Aber natürlich müssen wir im Vorfeld mal ein bisschen erfahren, wie stehen wir überhaupt zur, man kann schon sagen, zu der Reihe. Weil es basiert ja auf dem Comic von James O'Barr. Und es gab ja gleich mehrere Kinofilme und sogar eine TV-Serie, ich glaube mit Mark Dacascos. Und Johannes, wie stehst du zu The Crow? Ganz frei von der Leber raus. Ja, das ist ganz einfach. Ich kenne die Vorlage nicht und ich kenne auch nicht den Film aus den 90ern. Okay. Ja, ich habe mir eine Machete nebendran gelegt und habe schon befürchtet, dass es heißt, ich kenne das Original nicht. Deswegen ritze ich mich dann immer etwas, um alles zu übertünchen. Aber ich kenne das Original natürlich. Ich kenne aber die Graphic Novels nicht. Und ich mag das Original. Ich gucke das so, ja, so alle zwei Jahre landet es schon mal auf jeden Fall irgendwie auf dem Bildschirm. Also ich kenne die Comic-Vorlage auch nicht. Ich habe meine Dokumentation darüber gesehen und fand das ganz interessant. Den Kinofilm von 94 habe ich auch mehrfach gesehen. Tatsächlich zur Vorbereitung vor, ich glaube, zwei Wochen nochmal in diesem Extreme Vengeance Cut. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, Ich fand den Film nicht schlecht. Ich fand den früher auch schon nicht schlecht. Aber wenn ich ihn jetzt angucke, fallen mir einfach wirklich Mängel auf. Ich finde, das ist ein Kind seiner Zeit, der ist gerade vom Schnitt her echt nicht so besonders gut. Und er hat bei mir schon einiges verloren. Aber ich finde, dass er filmhistorisch betrachtet wirklich interessant ist, weil er ja 94 war, so vielleicht einer der ersten erfolgreichen Comic-Filme war, die so den Produzenten klargemacht haben, hey, vielleicht könnten wir den Comics doch noch Geld verdienen. Und dann, glaube ich, drei Jahre später kam Blade und dann kam der erste X-Man. Deswegen würde ich sagen, dass The Crow nicht so der Hauptstartpunkt der aktuellen Comic-Welle ist oder Comic-Boome-Welle im Kino ist, aber vielleicht so der erste kleinere Funke. Und natürlich muss man auch ganz klar sagen, der Film genießt auch heutzutage noch einen Kultstatus. Und ich würde behaupten, das liegt nicht so sehr an seiner Qualität, sondern, glaube ich, vielmehr an der Tragödie. Sven, kannst du den werten Hörerinnen, die jetzt nicht so bewandert sind, kurz erklären, warum ist The Crow so ein Kultfilm geworden? Was ist da Schlimmes passiert? Wir hatten uns ja da schon etwas länger drüber unterhalten und es ging mir auch die ganze Zeit lang noch so im Kopf rum. Also es kam bei den Dreharbeiten zu einem tragischen Unfall und Brandon Lee starb durch eine Kugel, die von einem, ja, der Bösewichter halt auf ihn abgefeuert wurde. Und da wurde nicht richtig nachgeschaut. Das hatten wir ja jetzt mit Alec Baldwin dem Letzt, also vor, ich glaube, zwei Jahren, eigentlich fast so dieselbe Schose. Und da ist, ja, ich habe ewig lang drum, ich habe wirklich lange gedacht, naja, gut, ich glaube, der würde trotzdem seine Fanbase haben. Aber klar ist es mit so einem tragischen Verlust dann noch, ist es, ja, so böse ich es anhört, es ist einfach auch das I-Tüpfelchen und er schafft dann auch noch so einen eigenen Mythos. Und ich möchte noch gerade ganz kurz, weil ich da später auch noch drauf kommen wollte, ich habe die Fortsetzung alle gesehen, die sind, fand sie alle Mist, die Serie habe ich erst gar nicht angefangen. Okay. Ich habe, glaube ich, die Fortsetzung ein, zwei davon gesehen und fand die auch echt nicht gut. Und die Serie, ich will ehrlicherweise sagen, ich habe jetzt für die, in Anführungszeichen, Recherche dieses Podcasts erst davon erfahren, dass es die überhaupt gibt. Von daher, ja, glaube ich, dass sie auch nicht so eine große Rolle spielt. Johannes, du hast gesagt, du hast das Original nie gesehen, aber ist hier die Geschichte von Brandon Lee ein Begriff trotzdem? Ja, ich vergesse immer sowas nicht. Also ich lese dann irgendwelche Fakten und dann vergesse ich immer nicht, dass Leute sterben oder nicht gestorben sind. Also ich hatte das auf dem Schirm. Jetzt vielleicht auch, um mich abzuholen oder Leute, die paar Leute, die das Original nicht kennen. Ich habe mir jetzt gerade den Trailer auch so parallel ein bisschen so angeguckt. Wie würdet ihr den beschreiben? Ist das so ein bisschen Tim Burton dreht Blade oder Underworld? Es ist schon, es hat was Tim Burton-artiges, allerdings ist dieses gotische weniger verspielt, sondern mehr, so hat es so einen pessimistischen Grundton, mehr narkotischen Grundton, so würde ich es nennen. Und der Originalfilm ist in seiner, der spielt so in seiner ganz eigenen Welt. Also ich weiß gar nicht, ob die Stadt jemals einen Namen bekommt und wenn ja, wirkt es trotzdem so, als ob diese Stadt so das, die ganze Welt ist. Und es gibt nichts weitere. Und der Film, das weiß ich, wie Sven das vielleicht benennen wird, was ich halt ganz interessant finde, der Film versucht dir schon so ein, trotzdem ein Gefühl von Realität zu geben. Also auch wenn da natürlich Sachen passieren, die eher im mythologischen, im fantastischen Bereich angesiedelt sind, der Film versucht das wirklich, dass es sich irgendwie real anfühlt. Und was, das kann ich so viel sagen, der das Reboot jetzt nicht so versucht. Aber ich bin auch gespannt, was Sven jetzt dazu sagt, weil Sven ja den Film, also den Originalfilm doch schon wesentlich besser findet als ich. Also naja, mit Tim Burton, also er hat, ja, es ist schon auf jeden Fall Melancholie vorhanden, aber ich finde, von der Aufmachung her kommt es wirklich so einem Comic näher. Und ich finde ihn auch, selbst für den Tim Burton, viel zu düster. Und auch zu, und auch zu brutal. Also der hat schon so ein paar, der hat schon so ein paar Spitzen drin. Ja. Also der ist, glaube ich, auch immer noch FSK 18. Genauso wie das Reboot. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, ich glaube, das Original könnte mittlerweile auch mal in der 16er durchwinken. Also da hat sich schon einiges geändert. Aber gut, wir wissen, die FSK ist ja gerade bei der Rache-Thematik immer ein bisschen eigen. Ähm, ja. Gut. Haben wir also geklärt, wie wir zum Original stehen. Das natürlich über diesen Reboot thront. Und ja, das Reboot hat eine sehr interessante Entstehungsgeschichte hinter sich. Das habe ich jetzt schon angerissen. Aber wie gesagt, 15 Jahre sind sie dran am Arbeiten. Und hatte zu Beginn des Films eine Lieblingsbeschäftigung. Und zwar, ich habe mir mal zur Aufgabe gemacht, zu zählen, wie viele Produzenten in diesem Vorspann genannt werden. Und ich kam nicht hinterher. Dieser Film hat mehr Produzenten als Deutschland Postleitzahlen. Ist der Wahnsinn. Ist das dir jetzt aufgefallen? Also mir nicht. Nein, ich habe was anderes gezählt. Oh, okay. Johannes, ist es dir aufgefallen? Nee, aber man muss ja auch sagen, der Vorspann ist ja ziemlich cool. Also ich habe mich da in die visuelle, ja, also zumindest in dem Punkt visuelle Klasse einfach verguckt. Und nicht drauf geachtet, was da für Namen aufgeploppt sind. Mir fiel Zeit und deswegen auch, weil normalerweise so Vorspände immer damit anfangen, dass du halt die Firmen hast und dann die Darsteller, Kameramann, Kamerafrau und dann halt die Produzenten und Regie. Und der Vorspann fängt halt wirklich erstmal an mit den ganzen Produzenten. Das sind wirklich einige. Und er erinnert von der Ästhetik her so ein bisschen an den Vorspann von The Girl with the Dragon Tattoo von David Fincher. Daran hat es mich so ein bisschen erinnert. Aber gut, bevor wir jetzt mal wirklich um den Film kümmern. Ihr wisst also schon, der Vorspann ist toll. Das haben wir jetzt schon mal erklärt. Das ist schon mal toll. Erster Pluspunkt für das Reboot. Top. Für alle, die da draußen jetzt aber wirklich noch gar nichts wissen, was The Crow eigentlich ist. Johannes, kannst du uns bitte kurz umreißen? Worum geht es denn in The Crow? Das kann ich sehr gerne machen. In The Crow lernen sich Eric und Shelly kennen und die beiden sind total verliebt. Sie sind ein Traumpaar. Sie sind Seelenverwandte. Aber dann passiert etwas ganz, ganz Schlimmes. Sie werden beide ermordet, weil Shelly eine düstere Vergangenheit hat. Aber bei diesem Mord bleibt es nicht. Denn ja, aus übernatürlichen Gründen wird Eric wieder ins Leben zurückgeholt und rächt sich brutal. Es ist bei solchen Reboots oder Remakes immer ein bisschen schwer, natürlich das Original so beiseite zu schieben. Denn es ist klar, dass so ein Reboot natürlich die Sachen ein bisschen anders angehen sollte wie das Vorbild. Es ist besonders interessant für mich, dass du, Johannes, das Original gar nicht kennst. Mit welchen Erwartungen bist du denn jetzt hier an den Film herangetreten und haben die negativen Vorabstimmen aus den USA vielleicht dafür gesorgt, dass du ein bisschen vorsichtig gewesen bist? Na, ich habe den Film ja in der Sneak Preview erwischt. Also wusste ich quasi gar nicht, was auf mich zukommt, zumindest in der Kinovorstellung. Ich habe natürlich schon mitbekommen, dass der Film super mies ankommt. Auch schon gefühlt so Titel in News Online schlechter als Borderlands, schlechter als Madame Web. Also es ist ja irgendwie schon spannend, dass dieses Jahr so mehrere krasse Flops hat, die alle scheiße finden. Also es ist ja immer so, dass bestimmte Filme schlecht ankommen. Aber das sind ja wirklich Filme, die gefühlt durch die Band weg super, super schlecht ankommen. Ich habe trotzdem gedacht, ja, der Trailer ist jetzt irgendwie nicht der Hammer. Aber ich bin halt Fan von Bill Skarsgård. Und ja, ich habe gehofft, vielleicht trotz des, ja weiß ich nicht, Jared Leto als Joker-Look wurde ja auch schon, glaube ich, häufig genug genannt. Und vielleicht könnte es ja was werden. Gut, ich versuche irgendwie, ich möchte so Besprechungen nicht immer so direkt mit negativen Sachen starten lassen. Aber ich greife vorweg, es wird mir, glaube ich, schwerfallen, wirklich viele positive Aspekte zu diesem Film zu finden. Und mir ist auch bewusst, dass ich ihn freiwillig oder unfreiwillig auch immer wieder mit dem Original vergleiche. Was, das habe ich auch schon gesagt, für mich auch kein so toller Film ist. Es ist ein okayer Film. Aber ich finde, das Reboot ist wirklich gescheitert. Ich finde, das ist ein Film, der ist durchgängig gescheitert. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber vielleicht, um dann doch noch was Positives zu sagen. Ich finde, Bill Skarsgård, der macht seine Sache gut. Der hat einen durchtrainierten, krassen Körper. Der hat sich vermutlich doch von Boy Kills World mit drüber gerettet. Und ich mag auch das Design von ihm, also diese ganzen Tattoos. Du hast ja auch schon den Joker aus Who's Side Squad da als Reminiscenz angegeben. Das passt auch. Ich fand das eigentlich ganz nett. Sven, Bill Skarsgård als The Crow. Oder eher gesagt als Eric Draven. Denn bis der zur Crow wurde, dauert es ja eine gewisse Zeit. Hat er dir gefallen oder bleibst du dann doch lieber bei Brandon Lee? Also ich muss sagen, ich habe mir die Frage auch gestellt, so am Anfang dachte ich, ah, Bill Skarsgård, ich weiß nicht. Aber der hat mich im Laufe der Jahre immer mehr überzeugt. Und ich bin schon so ein kleiner Fanboy geworden und dachte, ja, der kann das locker tragen. Also da wäre es mir auch, da hätten sie auch Scott Adkins nehmen können. Da hätte ich auch gejubelt. Also da bin ich tatsächlich nicht auf Brandon Lee krass festgefahren, sondern da habe ich gedacht, naja, komm, ich gucke, was kommt. Und finde auch, der macht seine Sache echt gut. Und das, also er ist da nicht das große Problem. Siehst du das auch so, Johannes, oder bist du Anti-Skarsgård? Nee, überhaupt nicht. Ich finde das auch ganz sympathisch, einfach mal so Leute in der Actionrolle zu besetzen, wo man das erstmal nicht denkt. Also zum Beispiel hier bei dem, ach, wie war das denn hier, der Predators, wo dann auf einmal Adrian Brody in so einer Actionrolle war. Fand ich auch cool. Also warum nicht? Er ist natürlich nicht so bullig wie Scott Adkins. Also der ist halt kein Schrank, ne? Der ist halt eher so ein bisschen drahtig. Aber ich finde auch, also die Rolle ist halt, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen undankbar. Sie ist sehr undankbar, weil der ist schon sehr, also ne, der ist halt die ganze Zeit schlecht drauf. Und, na gut, er ist nicht die ganze Zeit schlecht drauf. Es gibt auch noch die, in Anführungszeichen, tolle Liebesgeschichte. Aber, also die Rolle ist halt irgendwie nicht gut geschrieben. Aber er holt das raus, was er kann, glaube ich. Du hast seine Bauchmuskeln angesprochen. Der hat die nötige Physis in den Kampfszenen. Ja, also er ist halt nicht der, er ist halt nicht Scott Adkins. Aber ich finde, er macht das schon gut. Ja, ähm, finde ich auch. Und damit, glaube ich, habe ich das letzte positive, den letzten positiven Punkt hier auf den Teller gepackt. Und komme jetzt mal mit den negativen Punkten. Du hast es schon gesagt, die Liebesgeschichte. Das Original hat diese Liebesgeschichte auch. Aber im Original wird diese Liebesgeschichte einfach wirklich mehr behauptet. Das Original sagt dir einfach, die sind jetzt tot und die haben sich geliebt und du musst das einfach hinnehmen. Und es wird vor allem dadurch verstärkt, dass das Original, ähm, das immer auch von anderen Figuren erzählt wird. Weißt du, dass dann Ernie Hodgson, der da mitspielt, dann erzählt, ja, die haben sich geliebt. Oder die Figur erzählt dann, dass sich Eric Draven und Shelley geliebt haben. Und das hat für mich immer ausgereicht. Ich habe diese Behauptung immer hingenommen. Ich habe das nie hinterfragt. Ich fand, das war für mich immer ausreichend genug. Das Reboot hingegen, das möchte uns jetzt diese Liebesgeschichte wirklich zeigen. Die lernen sich in so einer, ja, Gefängnis-Antidrogenklinik kennen, Shelley und halt Eric. Die verlieben sich. Da wird ganz klar gemacht, das sind beides Leute, die eher so außerhalb der Gesellschaft agieren. Und die fliehen dann. Und Shelley ist da schon auf der Flucht vor dem Oberbösegewicht, gespült von Danny Houston. Und dann entspürt sich die Liebesgeschichte. Und ich dachte zu Beginn, ja, ich finde das okay. Zeig mir gerne ein bisschen mehr für die Liebesgeschichte. Aber es gab irgendwann den Moment, wo ich dachte, Leute, ich habe es jetzt verstanden. Ihr müsst mir nicht noch mehr Szenen zeigen, wo ihr irgendwie euch liebkost. Und dann immer halt diese Gefahr droht von Danny Houston, der als Bösewicht auch, wie ich finde, null Ausstrahlung hat. Aber über den reden wir dann vielleicht später noch. Sven, wie hat dir dieser Ansatz gefallen, dass sie die Liebesgeschichte zwischen Eric Draven und Shelley im Gegensatz zum Original 594 wirklich wesentlich mehr ins Zentrum stellen? Es hat mich am Anfang gar nicht so arg gestört. Im Original hast du halt immer wieder diese Flashbacks, die er dann von dem Polizist auch bekommt oder von den anderen. Und da wird es so Stück für Stück erzählt. Und da fand ich es aber schon so, also mir ging es zumindest so im Original, dass ich da dachte, eh nee, alles klar, das passt, diese Schweine müssen bestraft werden und zwar aufs Übelste. Hier dachte ich, okay, wenn wir jetzt diese Geschichte, Liebesgeschichte hier erstmal so ein bisschen erzählt kriegen, naja, vielleicht baut sich dann der Hass auf die Bösen noch mehr auf. Und wenn du halt dann auch siehst, ey, das ist Danny Houston, der kann was, der kann mega unsympathisch sein. Das könnte dann wirklich noch in einem immensen Massaker enden, was mein Herz tatsächlich erfreut hat. Aber ich nehme in diese Liebesgeschichte teilweise nicht ab, weil die pfeifen sich auch so dermaßen viele Drogen rein, dass ich mich, glaube ich, auch mit einem Besen in die Badewanne gesetzt hätte und hätte gesagt, ich liebe dich. Ich möchte das Sven-Crow-Reboot sehen, in dem du, Eric Raven, den Tod deines Besens rechst. Dafür würde ich Geld ausgeben. Johannes, wie hast du die Liebesgeschichte wahrgenommen? Ich finde das in der Theorie ganz spannend. Also natürlich mag ich auch nonstop actionfeste, aber warum nicht mal irgendwie eine solide Basis schaffen, dass man wirklich denkt, okay, wie Sven das sagt, dann fühlt man wirklich mit diesen beiden Personen mit, weil Eric und Shelley sich ja wirklich lieben. Aber die beiden sind ja solche, also das sind ja solche Edge-Lord-Dialoge, die da geschrieben wurden. Das ist ja unglaublich peinlich. Also das ist so, so, so pseudotief, das ist gefühlt so so, wenn ich eine Blume pflücke, dann ist sie gestorben. Und ich habe das, also in der Sneak-Preview lief die deutsche Synchro. Ich weiß nicht, ob ihr den im O-Ton geguckt habt, also FKA Twix, die spielt ja Shelley. Und also ich würde sagen, das ist die schlechteste Schauspielleistung, die ich dieses Jahr und wenn nicht schon seit ewig langer Zeit gelesen habe. Ich fand das so scheiße, wie sie mit ihrem Schlafzimmerblick und ihren offenen Lippen da die ganze Zeit so ausgesehen hat, als wäre sie völlig zugedröhnt. Und ich habe denen das überhaupt nicht abgekauft. Ich fand das wirklich ganz, ganz furchtbar. Ja, da sprichst du, glaube ich, auch für mich auch einen massiven Kritikpunkt an. Diese FKA Twix, ich glaube, es ist ja eigentlich eine Musikerin, die hat auch kein darstelliges Talent. Also ich habe ihn in der Originalfassung gesehen. Und da ist es nicht ganz, glaube ich, so schlimm. Ich habe die deutsche Synchro jetzt nur aus Clips vorab gesehen. Da kann man vielleicht sagen, dass die Synchro vielleicht nochmal ein bisschen was noch schlechter macht, sage ich mal. Aber ich finde, A, sie haben zusammen für mich keine wirklich funktionierende Chemie. Und sie hat einfach keine Mimik. Es tut mir wirklich leid. Die hat einen durchgängigen Gesichtsausdruck. Und was mich auch ein bisschen stört, ich sagte schon, die gute Dame ist Musikerin. Ich hatte auch ein paar Mal so ein bisschen das Gefühl, da sind Szenen drin. Die sind auch nur drin, weil ihr Management will, dass wir nochmal wissen, dass sie auch Musikerin ist. Und auch das Ende des Films, ich will es nicht spoilern, wir werden es nicht spoilern, aber das ist auch so, wo ich mir denke, okay, das schreit alles nach. Ja, kauft bitte meine CDs. Und letztlich geht es gar nicht so sehr um Eric Draven, sondern es geht letztlich dann mehr um sie. Und das hat mich auch wirklich massiv gestört. Bill Skarsgård, der kriegt für die Leistung ja auch keinen Oscar. Aber irgendwie bei ihr, es tut mir leid, ich möchte das nicht sagen, aber die kann halt nicht schauspielern. Zumindest in diesem Film, finde ich, da sind keine Nuancen drin. Das ist immer nur ein und derselber Gesichtsausdruck. Und gerade wenn du sowas Wichtiges verkaufen möchtest, wie diese Liebesgeschichte, die sich ja auch recht schnell entwickelt und die ja wirklich auch ganz schnell kommt von, wir lernen uns kennen, wir lieben uns unendlich und dann sind wir tot. Brauchst du jemanden, der das auch wirklich ausdrucken kann und das kann diese FKR-Tricks meines Erachtens nicht oder siehst du was anders, Sven? Ich muss sagen, sie hat mich jetzt nicht so krass gestört. Also ja, ich habe das sowieso die ganze Liebesgeschichte eigentlich eher in so einer Art Drogenrausch gesehen, weil die ja wirklich von Party zu Party huppen und von Pille zu Pille und von sonst was zu sonst was. Da habe ich das dann einfach da mit verbucht, dass ich gedacht habe, okay, gut, die sind halt die ganze Zeit total durch. Und da hat es mich dann auch nicht gestört. Ich habe eigentlich eher so drauf gewartet, okay, wann schaffen sie es, mein nicht vorhandenes Herz zum Schlagen zu bringen und auf das, was dann kommt, was dann hoffentlich kommt, wenn man das dann nicht gesehen hat, ja, mich vorzubereiten und zu sagen, okay, ist das was, wo ich sage, da stehe ich voll und ganz hinter der Rache und lass die Sau raus. Oder ist es mir dann irgendwie egal? Ja, es war so ein Mixding, aber so diese musikalische Anspielungen, das stimmt, das hätte man auch echt, also da waren Szenen drin, wo ich gedacht habe, oh komm, können wir jetzt nicht langsam mal endlich zum Punkt kommen? Das stimmt schon, ja. Da sind schon ein paar sehr zwanghafte Sachen drin, wo du denkst, das hätte man jetzt eigentlich nicht wirklich gebraucht. Ja, was ich auch ein bisschen problematisch finde, das ist ja problematisch, aber was mich wirklich gestört hat, ist, der Film geht 110 Minuten, er fühlt sich aber doppelt so lang an. Und jedes Mal, wenn ich dachte, okay, jetzt bietet er mir irgendwas, ein bisschen eine Flucht aus dieser Tristesse, aus dieser romantischen, ja, aus diesem Kammerflimmern, nenn ich es mal, wo irgendwie, ich dachte, okay, das Herz von mir, das kriegt er nicht mehr zum Schlagen damit. Aber es dauert ja wirklich Ewigkeit, ich meine, der Film heißt The Crow und ich glaube, ich würde jetzt sagen, ihr seht es eh nicht, wir sehen The Crow, also Eric Draven als The Crow, letztlich nur in den letzten 15, 20 Minuten, oder siehst du das anders, Johannes? Nö, man hätte es vielleicht so The Crow Begins nennen können, dann wäre es vielleicht ein bisschen passender gewesen, aber man muss ja auch sagen, bevor er zur Crow wird, ist er ja auch, ehrlich gesagt, voll der Lappen, der kriegt ja nichts hin. Also, ich check das schon irgendwie, er ist halt irgendwie ein Normalo und ist irgendwie Ex-Junkie, man weiß keine Ahnung, was er irgendwie wirklich ist, weil, also er wird ja, also in diesem, die starten ja in so einer Einrichtung, da wird er halt irgendwie als Mobbing-Opfer inszeniert und als sonst gar nichts. Ich weiß ja auch kaum was über diesen Menschen und, nee, weiß ich nicht, ja, also, und dann soll ich mich, also, ich hab mich schon, doch, man freut sich schon darüber, dass er dann zur Krähe wird, aber, also, ich weiß ja nicht, wie es im Original ist, aber so, also, ich hätte mir da vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, dass er mehr zu, also, nicht zu einer Metamorphose, dass es irgendwie wie bei die Fliege wird, dass er sich verändert und eine Krähe wird, aber da schon irgendwie diese, also, es wird ja immer so eine mythische Überhöhung behauptet. Und die wird, finde ich, am Ende nicht so wirklich eingelöst. Und das ist halt eben das Original, das denkt sich wirklich so, fuck it, der, ähm, der wird wieder, also, der kriecht aus der Erde raus, ist total irritiert, ähm, dann geht er an den Tatort des Verbrechens zurück, hat ein paar Flashback und dann merkt er, dass die Schnittwunde, die er sich gerade eben zufälligerweise, also zufällig, nicht zufälligerweise, aber aus Versehen zugefügt hat, dass die sofort wieder zuwächst. Und er weiß sofort, was Sache ist. Klar, das ist nicht elegant, aber es funktioniert halt. Äh, der Film, der Originalfilm ist so, okay, wir haben dir jetzt alles gezeigt, was du wissen musst, alles andere erfährst du im Laufe der Handlung organisch. Das macht das Reboot aber gar nicht. Das Reboot erklärt dir wirklich alles, wobei ich mir denke, Leute, ich habe es verstanden, dass seine Wunden jetzt zuwachsen. Und natürlich kann man dem Original jetzt sagen, hey, ich finde es irgendwie doof, warum wird diese Rockstar da, kriecht aus der Erde und drei Minuten später ist es der absolute Mega-Motherfucker, der ohne Probleme Leute umbringen kann. Okay, kann ich verstehen, wenn einem das stört, aber mir kann keiner erzählen, dass das, was das Reboot jetzt macht, nämlich alles wirklich tot erklären, dass das besser funktioniert. Vor allem, weil der Film auch wirklich nichts liefert, zumindest aus meiner Perspektive, wo ich sage, hey, das ist zumindest unterhaltsam. Denn du hast es schon gesagt, Johannes, Eric Draven, der ist halt bis auf die letzten 15 Minuten der absolute Lappen. Ich fand das einfach nervtötend. Ja, es stimmt schon. Also ich hatte überlegt und gedacht, naja, was machen sie jetzt, wie bauen sie das Ganze auf? Malte sie schon am Anfang an das Gesicht an und ist dann direkt im Rache-Modus. Aber nein, er stirbt ja auch tatsächlich trotzdem zwischendrin, kehrt dann ins Jenseits zurück, wo ein Typ ihm die ganze Zeit irgendwelche Anweisungen gibt und lässt den da auf einer trostlosen, großen, zugewachsenen Zug. Frankfurter Westbahnhof. Okay, Frankfurter Westbahnhof rumgammeln und schickt ihn dann wieder zurück. Da dachte ich, naja, oh Gott, nee, bitte nicht. Und das passiert halt nicht nur einmal. Und da dachte ich, das ist so, ja, das hat so ein bisschen auch dann, obwohl ich ihn wirklich mag, täglich grüßt das Murmeltier, ja, wir versuchen es jetzt halt noch einmal und dann noch einmal und dann noch einmal. Das fand ich blöd und das finde ich im ersten, also im Original viel, viel besser geregelt. Und da hatte ich halt sofort einen Zugang, ja. Und es sind halt auch bei dem, also beim Remake jetzt fehlen auch viel Szenen. Ach gut, es gibt eine Szene, wo ich mich dran erinnern werde, wahrscheinlich auch noch ein paar Wochen. Aber so wie im Original diese, wo er sich durch dieses runde Fenster schwingt und sich da auch diese, diese, und die ist ja wirklich mega bekannt, die Szene. Sowas ist da halt nicht drin. Und der hat auch noch die wirklich gravierende andere Probleme. Also da ist, wann er sich das Gesicht anmalt, wirklich das kleinste. Ja, mir sind natürlich auch ein paar Anschlussfehler aufgefallen, aber das ist jetzt nicht so wild. Aber ich hatte auch nie das Gefühl, dass der Regisseur Rupert Sanders, der zuvor unter anderem dieses Ghost in the Shell Live Action Remake mit Sky Johnson gedreht, dass der hier irgendwie schafft, wirklich ikonografisch wichtige Bilder zu entwerfen. Also dieser Film wirkte für mich visuell, obwohl er ja teilweise große Bilder versucht zu entwerfen, aber er wirkte immer platt. Ich habe aus diesem Film visuell nichts rausgenommen. Das Einzige, was mich gefreut hat, war, dass Disorder gelaufen ist von Joy Division, aber auch so komisch platziert, dass es eigentlich keinen wirklichen Dampf dahinter hat. Aber gut, sei es drum. Johannes, wie hast du den Film denn visuell wahrgenommen oder künstlerisch allgemein? Findest du, dass der gut inszeniert ist oder hat es dir das eher kalt gelassen? Ja, gar nicht. Also auch, ich habe diese Zwischenwelt angesprochen. Wie langweilig kann man denn so einen Ort machen? Das muss doch irgendwie faszinierend sein. Das muss doch irgendwie ein Ort sein, den wir vielleicht nicht verstehen. Und einfach, ja wirklich so einen Bahnhof, Hinterhof zu machen und da 500 Kräben hinzusetzen und dann halt irgendwie, man kann da oben gucken. Aber da ist ja wirklich gar nichts drin. Und dann ist da so ein Blaustichfilter ganz viel drin. Und nee, also dann hat man mal Slowmotion und dann hat man mal, ne, ein bisschen auf die Gewalt gehen wir später wahrscheinlich nochmal drauf ein. Da geht er ja wenigstens all in. Aber also der hat ja keine irgendwie durchgehende Idee oder sowas. Also, weiß ich nicht. Ich finde das Ghost in the Shell Remake ist in Ordnung. Das kommt natürlich nicht an das Original ran. Wie auch. Aber es ist okay inszeniert. Und hier, nee, weiß ich, ich weiß auch nicht, wie das so passiert werden konnte. Also, ne, die lange Produktionsgeschichte. Aber man hat jetzt ja doch ein Team, ein Crew und die arbeiten ja irgendwie an einem Film. Und boah, nee, ich fand den, ja, der ist halt, der ist einfach hässlich, ne. Also, vielleicht noch diese Szene, wo er mit dem Katana am Spiegel steht. Das ist vielleicht ganz nett. Aber vielleicht kann ich mich auch nur daran erinnern, weil ich das, weil ich den Trailer wahrscheinlich mehrmals im Kino gesehen habe. Aber sonst, oder, keine Ahnung, wie die Shelly tanzt. Aber das ist jetzt auch nichts, wo man jetzt denkt, oh, cool. In zehn Jahren denke ich daran, wie Shelly tanzt. Ja. Es ist echt ein seltsamer Film, weil ich glaube, wenn du einzelne Einstellungen von dem Film einfach ausdrucken würdest, würde das so aussehen wie ein Film, der visuell interessant ist. Aber in Gänze betrachtet, in Bewegung, finde ich, funktioniert das halt wirklich vorne und hinten nicht. Also, diese Szene mit dem Spiegel und dem Katana ist ein gutes Beispiel, weil das ist eigentlich eine tolle Einstellung, einfach ein geiles Bild. Aber ich saß da im Kino und es hat mich wirklich sehr kalt gelassen. Ich habe eigentlich eine Schwäche für Katana und Spiegel. Das ist mein heimlicher Fetisch. Jetzt wisst ihr es. Ja, es wird ja auch nichts draus gemacht. Also, diese eine Richtung, da tragen die ja alle irgendwie rosa Hosen und Pullover, was ja auch irgendwie eine nette Idee ist, dass die da alle quasi so uniformiert sind. Aber da wird ja auch gar nichts mit angestellt. Also, was auch nicht gemacht wird, und ich weiß, ich nehme wieder das Original ran, aber im Original hast du halt diese Gruppe dieser Bad Guys, angeführt von Top Dollar, gespielt von Michael Wincott. Und diese Bad Guy Gruppe, da hat jeder was Einprägsames. Der eine hat halt ein Messer, der andere ist halt ein Drogenjunkie. Das ist nicht groß, große Kunst, auf gar keinen Fall. Aber du kannst sie sofort identifizieren. Es gab am Ende von LeCrow einen Moment, wo er einem dieser Bad Guys halt gegenübersteht und es hat bei mir gerattert im Kopf. Ich dachte, wer war das nochmal? Und dann irgendwann später habe ich gedacht, ach, das war der Typ. Okay. Aber das schaffen sie einfach nicht. Die schaffen es einfach, diese Bad Guys sind so austauschbar. Man hat so eine Frau, die ein bisschen älter ist, die halt mit dem Hauptbösewicht auch immer ein bisschen agiert. Aber ansonsten ist da nichts dran gewesen, wo ich dachte, ach, das ist der Typ. Nee, es war mir vollkommen egal. Am Ende schlachtet sich halt Bill Skarsgård da durch Basallen oder so. Und es ist mir einfach nur vollkommen egal. Oder hast du die Schurken auseinanderhalten können, Sven? Nein. Und das ist wirklich so eines der Highlights im Original, dass auch jeder der Bösewichte was Spezielles hat, an dem man sich erinnert. Und vor allen Dingen, ich mag Danny Houston wirklich gerne, weil er auch, wie ich schon gesagt habe, auch echt ein absolutes Arschloch spielen kann. Aber Michael Wincott schießt im Original einfach den Vogel ab. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, aber der lässt da so die Sau raus. Der hat da so Spaß dabei. Und auch wenn man seinen Namen, das ist mir auch, also ich habe noch gedacht, ich habe ihn schon so oft gesehen. Ich weiß die Namen von den anderen, Tintin, Funboy und so weiter und so fort. Aber wie heißt denn der nochmal? Und dann habe ich auch nochmal geguckt, ach ja, Top Dollar, aber ich weiß gar nicht, ob er so angesprochen wird. Egal, das hast du halt im Remake nicht. Und was du im Remake halt ganz oft hast, und das habe ich angefangen zu zählen, wo du deine Produzenten gezählt hast, habe ich alte Männer gezählt. Weil jeder zweite Handlanger, der dahin geschlachtet wird, aussieht, als ob sie ihn aus dem Altersheim rekrutiert hätten, um weniger Gage zu bezahlen. Also da rennt der Nächste mit dem Rauschebad vorbei, der eben bestimmt locker an die 60 war und kriegt zack irgendwas abgeholzt oder kriegt irgendwo reingeschossen. Dann kommt wieder einer die Jüngerer vorbeigerast, dann kommt Mitte 50er vorbeigelaufen. Also da habe ich gedacht, okay, wo habt denn die alle her? Ich meine, klar, kostet weniger. Aber nee, also das ist einfach ein großes Manko, auch wenn mir die Action in The Crow ganz gut gefallen hat. Das ist so mein Pluspunkt bisher. Ja, da können wir gerne mal drauf eingehen. Die Action, es dauert halt wirklich Ewigkeiten, bis was kommt. Es ist nicht so, dass die Action katastrophal ist. Das würde ich auf gar keinen Fall sagen. Aber es tut mir leid, sie ist auch nicht gut. Ich habe ihn heute gesehen und ich bin gerade am überlegen, mir fallen gerade zwei Action-Szenen ein. Einmal in einem Van, in einem Auto und einmal halt am Schluss in einem Opernhaus. Und ich fand beide nicht wirklich gut. Im Opernhaus kann man natürlich sagen, da nutzt der Regisseur diese alte Technik. Du siehst die Action-Szenen und dann wird immer wieder umgeschnitten auf die Oper. Die Musik und das Bild immer so hochjazz. Und das ist, das kann man auch sagen, der Film ist in den letzten 20 Minuten da, verdient er sich eine FSK 18-Freigabe. Aber ich finde die Gewalt, finde ich einfach nur öde, die da gezeigt wird. Weil A, sieht sie stellenweise arg digital aus. Und zum anderen, ich finde es passt teilweise auch gar nicht. Weil dann so aus dem Nichtentschieden, okay und jetzt schlägt er einfach den Leuten die Arme und den Kiefer irgendwie ab. Das macht für mich einfach keinen Sinn. Das ist einfach, tut mir leid, es fühlt sich für mich komplett schwachsinnig an, was da am Ende für Gewalt gezeigt wird. Das hat der Film sich gar nicht verdient. Das ist einfach eine, das ist nicht verdient. Aber es fühlt sich inkohärent für mich an, von der Stilistik her. Johannes, wie stehst du denn dazu? Voll, also ich finde, man kann den Film anrechnen oder irgendwie vielleicht die Produktionsstudio. Sie haben die Gewalt drin gelassen, sie haben es nicht wie bei Borderlands gemacht. Aber also hätte man es ja irgendwie so gemacht, er stirbt ja mehrmals und dass er irgendwie immer mehr abstumpft und dann wird er immer brutaler. Er wird immer mehr zu diesem Rächer, dann hätte man das halt immer mehr steigern können, bis er dann am Ende irgendwie da Leuten den Kiefer bricht, aufschneidet, keine Ahnung was. Also das, das glaube ich, gefühlt die einzige Szene, die ich gerade so im Kopf habe. Aber sonst, ich bin da bei dir, ich habe da halt auch, ich habe da auch nichts mehr gefühlt, weil ich da halt eine Stunde lang saß oder über eine Stunde, was ja so spät passiert und mir war das alles nur noch egal. Also ich glaube, wenn man das irgendwie separat betrachtet, also ich glaube, das ist auch nicht so eine coole Action-Sequenz, wo ich denke, die muss ich mir jetzt unbedingt nochmal bei YouTube angucken. Aber das würde man am ehesten nochmal machen, bevor man diesen ganzen Film guckt. Aber selbst da denkt man halt so, ja, es gibt halt auch Besseres, auch die Opernszene, also wie viele Szenen, in wie vielen Filmen wurde das schon mal gemacht und dann halt besser. Und das gilt halt irgendwie für alles. Das ist dann halt irgendwie okay und dann gibt es mal eine Slowmotion und dann passiert halt mal das mit der Gewalt. Aber es hast du halt alles irgendwie schon mal besser gesehen und halt auch wirklich nichts, wo du denkst, das ist die eine Sequenz, wo ich sofort an The Crow 24 denke. Ja, und auch diese eine Sequenz im Jeep, wo er halt im Auto dann mit denen mitfährt und dann gibt es halt diese Schräg-Schräg-Schießerei-Prügelei. Ich weiß, es ist ein unfairer Vergleich, aber sowas ähnliches gibt es eben in Raid 2 auch. Und wir müssen, oder von mir aus Indiana Jones, können wir auch gerne herannehmen. Das ist alles so viel besser gefilmt, das hat alles so eine gewisse Wucht, eine Kinetik, eine spürbare Energie. Und ja, danach hat er irgendwie, der fliegt aus dem Auto raus und sein halbes Bein ist offen. Ja, cool, dann ist es halt ein bisschen ekel-ekel, aber dann siehst du auch wieder, wie in CGI-Effekten das Bein zusammenwächst. Das hat für mich überhaupt keinen Wert mehr. Es tut mir wirklich leid, also die Action ist, von der technischen Aspekte, von der Inszenierung her, ist die, ich würde sagen, solide umgesetzt. Aber ich habe nicht so einen Heißhunger auf Standard-Action, dass ich sage, dass das eine gute Action-Sequenz ist oder allgemein, dass der Film gute Action-Szenen hat. Sven, glaubst du denn, dass du vielleicht in zwei, drei Jahren irgendwann mal in deinem Kämmerlein sitzt und sagst so, weißt du was, heute gucke ich mir auf YouTube mal die Best-of-Action-Szene von The Crow 2024 an? Nö, das definitiv nicht. Also ich wurde zwar gut unterhalten, habe mir dann aber auch gedacht, ja, das ist so das Lockmittel, was ihr wahrscheinlich benutzt, einfach um die Leute vielleicht doch noch ins Kino irgendwie zu ziehen und zu sagen, ey Jungs, da geht es später richtig krass ab. Aber in dem Fall rettet CGI Härte halt nicht den Film, wobei es eine Szene gibt, die fand ich wirklich bitter. Das war jetzt keine große, es ist eigentlich keine Action-Szene, sondern das ist die Exekution von Shelley und Eric. Das fand ich sehr gut gemacht. Also das fand ich richtig fies. Und ich saß da vorne dran und dachte, okay, ich bin viel gewöhnt und ich gucke mir gerne viel und härtere Sachen an, aber das da können wir jetzt langsam mal abblenden. Das will ich jetzt nimmer sehen. Das ging mir, also es ging mir jetzt nicht Asi an die Nieren, aber das ist sehr unangenehm und auch, also das ist wirklich gut gefilmt und ab dem Zeitpunkt hatte ich tatsächlich auch Hoffnung. Ich glaube, warum das so intensiv ist, und da gebe ich dir auch recht, die Szene, das wirklich intensiv ist, sie hat was Reales. Sie ist nicht so übertrieben. Da spratzt das Blut nicht. Im Prinzip brauchst du halt auch nur Typen, die dich übermannen und zwar Plastiktüten. Genau. Sollten wir auch mal versuchen am Titel Stammtisch. Naja. Diese Typen sind ja im Auftrag von, wir haben ihn jetzt schon etwas erwähnt, Danny Houston unterwegs, der hier eine Figur spielt, namens Vincent Rogue. Und im Original ist es ja so, dass Michael Winkler als Top-Dollar dem, ja ich sag mal dem Mythischen nicht abgeneigt ist, aber dass es eine Figur ist, die dann doch eher in der Realität verankert ist. Dieser Vincent Rogue ist hingegen, von Anfang an ist ganz klar, der weiß, es gibt etwas, was abseits der Normalität existiert. Der ist quasi so eine Art, ich würde sagen, passt so ein Vergleich mit Faust, Johannes? Siehst du das auch so? Ach Gott. Gut. Ja, weiß ich nicht. Er ist, also ich finde die Idee mit dem Übernatürlichen schön, das Problem ist, seine Motivation ist so profan. Also warum er überhaupt hinter Shelly her ist, das ist ja so langweilig. Also der ist ja, also wir mögen glaube ich alle Danny Houston, der kann halt einen fiesen Typen spielen. Aber diese Rolle ist ja, also das ist halt der 0815 fiese Typ. Es gibt ja nichts, außer seine komische Flüsterkraft, was ihn irgendwie besonders macht, aber selbst die wird ja nicht, also die wird ja nicht am Ende nochmal irgendwie cool eingesetzt, dass da jetzt irgendwie nochmal was Krasses passiert, wo ich denke, okay, jetzt hetzt der hunderte, was weiß ich, Leute auf Eric oder irgendwie sowas. Aber nö. Ja, also ich finde es halt schon okay, dass das Reboot halt sagt, okay, wir sind komplett offen dafür, dass der Bösewicht auch wirklich weiß, dass es diese Mythologie gibt, dieses Jenseits, dass es geht um Seelen, es geht um Teufel, um Verdammnis, das finde ich schon absolut okay. Aber dann nutzt er es halt auch wirklich. Also das, ich fand diesen Bösewicht halt auch so nah, du hast ja diese obligatorische Szene, wo er seine Macht demonstriert, okay, fein, danach hat er irgendwie nichts mehr zu tun. Am Ende gibt es dann halt eben das Vis-a-vis zwischen Held und Bösewicht, da ist es auch total lahmarschig und mir tat er eine Houston. Also ich meine, er wird vermutlich dafür bezahlt worden sein, von daher hält sich mein Mitleid dann doch in Grenzen. Aber, come on, ganz ehrlich, ich weiß, es ist fies, das Reboot mit dem OGM zu messen, aber Michael Wincott hat eine ganz andere Präsenz einfach. Danny Houston, und das ist ein toller Schauspieler, das haben wir jetzt hier schon mehrfach gesagt, aber der hat in diesem Film einfach keine Präsenz. Genau wie seine Handlanger. Es war mir irgendwann egal, ich meine, ganz ehrlich, Bill Skarsgård hätte auch gegen Groby von der Sesamstraße kämpfen können, das hätte für mich nichts geändert. Ja, vor allem, wenn man so mythische Leute hat, warum zieht man denen einfach Anzüge an? Also, die sehen aus wie Banker, die sehen aus wie irgendwelche, die hätten auch bei Succession mitspielen können oder bei Suits oder bei, keine Ahnung, irgendwas anderes, was im Finanz- oder Anwalts-Setting zu tun hat. Da ist ja nichts, was irgendwie Mystik ausstrahlt. Hätten sie lieber Vincent Raven genommen aus der Next Uri Geller. Korax. Ja, das hätte ich mir gerne angesehen, ja. Ja, ansonsten bin ich, glaube ich, fast durch, weil ich könnte noch ein paar Sachen ansprechen, aber das sind alles sehr negative Punkte, weil ich echt Schwierigkeiten habe, wirklich was Gutes an diesem Film zu finden. Ich finde ihn in einer Art und Weise gescheitert, wie zuletzt auch schon Borderlands gescheitert ist. Und ich weiß nicht, wie die Dreharbeiten waren zu dem Film, aber ganz ehrlich, der ist in den USA am Startwochenende, hat er es gerade mal auf Platz 8 geschafft. Der ist in der zweiten Woche schon komplett aus der amerikanischen Kino-Top 10 rausgeflogen. Und wenn man bedenkt, dass er ja auf einem Originalfuß, das einen Kultstatus hat, ist das schon wirklich ein Ergebnis, was hoh, holla. Und ich habe ihn jetzt gesehen und ich sage ganz ehrlich, das ist gerechtfertigt. Der Film ist einfach nicht gut. Der ist erzählerisch nicht gut. Der ist inszenatorisch, ist der, er ist kein inszeniertes Debakel. Also er sieht, in Anführungszeichen, er sieht gut aus. Aber mir fehlt da irgendwie auch so ein gewisser Kunstwille. Er wurde ja zu Großteilen auch in Deutschland gedreht und in München. Das merkt man auch. Das hätte man ja auch irgendwie nutzen können. Aber das wirkte alles so inkohärent. Wirklich alles. Mal sah es aus, als ob sie in New York wären. Mal sah es aus, als ob sie halt eben in der Steiermark stehen. Das hat für mich nicht funktioniert. Und es, ich, mich machen Filme normalerweise, die ich nicht mag, nicht sauer. Aber ich hatte wirklich Momente in dem Film, wo ich mich gedacht habe, Leute, ihr habt so eine tolle Vorlage. Ihr habt so einen wirklich charismatischen und ausstrahlungsintensiven Hauptdarsteller. Und was ihr da abliefert, ist halt einfach nichts. Das ist wirklich so, okay, wir müssen irgendwie ein Reboot machen zu diesem alten Film. Weil wir irgendwie, weiß ich, die Rechte haben oder so. Aber ihr habt wirklich, ihr habt vielleicht die Idee, dass ihr die Liebesgeschichte weiter ausbaut oder mehr ins Zentrumrücken rollt. Finde ich okay. Aber der macht es anständig. Dieser Film macht nichts anständig. Ich glaube, das ist mein großes Problem. Nichts an dem Film ist anständig. Es wirkt entweder überhastet, unüberlegt oder man hat das Gefühl, dass da gefühlt halt, ich sagte es zu Beginn, gefühlt 23.000 Produzenten gesagt haben, aber ich habe eine bessere Idee. Und deswegen ist das für mich ganz klar eines der ganz großen Flops des Jahres. Habt ihr noch irgendwas, was ihr zu dem Film sagen wollt, außer euer Fazit, Johannes Sven? Wir können gehen zum Fazit. Ich kann es auch ins Fazit packen. Wird es ein bisschen länger. Gut, ich habe mein Fazit ja jetzt quasi schon abgegeben. Also ich gebe dem Film definitiv 8 von 10. Nee, Quatsch. Unter Hosen. Ja, aber mit Bremsspuren. Sven, dein Fazit bitte zu Lucro. Okay, ich hatte nicht viel erwartet und habe noch weniger bekommen. Es ist schade, ich habe mir in Vorbereitung auch nochmal so die Storyline der Graphic Novel durchgelesen und dachte, das wäre eigentlich mal ganz cool gewesen, wenn man zum Ursprung wieder zurückgeht, weil ja der Original-Crow da auch abweicht. Für mich ist The Crow 24 genauso gut und genauso schlecht wie die Fortsetzung. Und ich finde, der reiht sich da wirklich gut ein. Also ich werde mir nicht nochmal angucken. Ich bleibe dann lieber beim Original. Ich kann da mal irgendeine Letterboxd-Review zitieren, die ich gelesen habe. Die hat die beiden Worte benutzt. Gottlos schlecht. Und das fand ich sehr gut zusammengefasst, diesen Film, weil der ist halt so furchtbar. Also da funktioniert halt nicht die Liebesgeschichte, die Dialoge funktionieren nicht. Da funktioniert so wenig. Und bei Borderlands habe ich mich irgendwie noch zumindest gefragt, wie die es schaffen, dieses 100-Millionen-Dollar-Budget und diese Oscar-prämierten Darstellerin so kaputt zu besetzen. Und da saß ich im Kino und habe gedacht, was passiert hier? Und ich war irgendwie irritiert und ich möchte wissen, was da passiert ist. Und fand das aus dem Sinne schon fast irgendwie, ich fand den nicht unterhaltsam, ich fand den auch ganz furchtbar. Also der ist auf eine andere Weise schlecht. Aber da war ich zumindest interessiert daran, warum Borderlands so schlecht ist. Und der hier, der fand ich einfach nur richtig, richtig schlecht. Also der ist so, du und ich, wir haben auch über The Union gesprochen auf Netflix, den ich auch richtig, richtig scheiße fand. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich The Crow oder The Union schlimmer fand, aber das sind wirklich so, da wird ja auch gar nichts versucht. Also das ist wirklich nur so, also hier habe ich das Gefühl, die hätten einen x-beliebigen Actionfilm und packen halt dieses Crow-Setting drauf, nur weil es eine Marke ist. Also da sehe ich nicht, dass Leute gedacht haben, wir müssen The Crow wiederbeleben, weil das muss jetzt 2024 erzählt werden. Und ich hoffe einfach, also ich gehe jetzt einfach davon aus, ohne dass ich ihn gesehen habe, Boy Kills World wird besser sein. Also ich freue mich auf den mit Bill Skarsgat in ein paar Wochen, weil dann kommt der ins Streaming oder irgendwie zum DVD-Release etc. pp. Also Boy Kills World ist eine ganz andere Baustelle. Der ist auch ein Film, den man ganz einfach auch wirklich nicht mögen kann. Und ich habe ihn ja Anfang des Jahres im Fantasy Filmfest, White Nights glaube ich war es gesehen. Der hat Spaß gemacht. Also der hat wirklich Spaß gemacht. Schön. Den gucke ich mir auch lieber nochmal an als The Crow, aber man muss ganz klar sagen, das sind schon verschiedene Paar Schuhe. Welten, Welten. Also Boy Kills World ist halt wirklich, nimmt sich nicht ernst und weiß auch, was er ist. Und bei The Crow hatte ich das Gefühl, dass sie dann doch glauben, dass sie so ein bisschen Action-Meets-Kunst erschaffen haben. Aber eigentlich haben sie Versagen erschaffen. So fühlt sich der Film für mich an. Vermutlich, wenn ihr Bill Skarsgat-Fan seid oder einfach jetzt aus dem Kino kommt und The Crow 20 und 20 total geil findet, findet ihr auch, dass wir versagt haben mit unserer Besprechung. Das könnt ihr uns gerne mitteilen, unter anderem auf unserer Webseite www.tele-stammtisch.de oder ihr geht einfach auf unseren Discord-Community-Server www.tele-stammtisch-discord Da könnt ihr mit uns reden, uns Feedback geben und da gibt es ganz viele nette Leute. Da könnt ihr über Serien, Comics, Filme, Games, wir bieten alles reden. Wir würden uns freuen, wenn wir da von euch hören. Ich sage auf Wiedersehen. Ich danke euch fürs Zuhören. Dann sagt der Sven auf Wiedersehen und das letzte Mal darf dann der Johannes mit den Krähenflügeln schlagen. Tschüss. Ciao, ciao. Und wenn ihr die Privatfälle Nummer von Stu haben wollt, nicht anschreiben, dann könnt ihr ihn persönlich beleihen. Und wenn ihr jetzt noch ins Kino geht und euch The Crow 2024 anguckt, dann haben wir wirklich versagt. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir und die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.